Zumindest behauptet, nein, ich weiß es auch nicht, aber hör mal, hör mal, Ingo, falls ich sterben sollte, es tut mir leid, ich hätte zu dir stehen sollen, die Schlangewelt hätte das sicher verkauft, schlechte Publicity ist auch Publicity, aber hör mal, Ingo, ich muss wieder, ja, und vergiss noch, ich lieb bitte dich. Andrea, Andrea, Andrea. Julia, schrei doch jetzt, bitte nicht so rum, was soll denn das? Andrea, wer bist du ja? Ja, natürlich bin ich da, als würde ich dich das einladen, Mensch, ich habe mir doch gesagt, dass ich das nicht mag. Hör mal, das spielt jetzt auch keine Rolle. Was soll denn das, keine Rolle mehr spielen, deswegen bist du doch so leid, dich gerne zu zeigen. Ich habe dir gesagt, ich mag keine Solo-Karriere. Ja, ja, hör mal, ich werde dir jetzt nicht mehr im Weg stehen, ja? Doch, stand, das bin doch noch nie im Weg. Bitte, hör doch auf, so ein guter Zeug zu reden. Hör mal, Andrea, versprich mir, dass du das Beste aus der Zusammenarbeit mit Mike vorausholst. Dass du mir immer unterstellst, ich würde mit Mike eine gemeinsame Sache machen. Das ist so gemein von dir, wo ich dir so treu war, Aliah, aber du hast es mir auch nicht leicht gemacht. Nein. Lass die Blick verarschen. Lass die Blick verarschen. Ich will nichts mehr erhören. Lass die Blick auf mich. Das ist so fies von dir. Andrea. Nein. Andrea, sie sind ja, dass du ihr bleibst. Danke. Vielen Dank. Was haben Sie gemacht? Also, wir brauchen eine Nacht. Eine Nacht, bitte eine Nacht. Eine Nacht, bitte eine Nacht, die Autobahn. Nein, ich verstehe, Herr. Aber dann schrafen wir ihn in die Küchenführung hinein. Und wir haben eine Nacht in den Warten. Haben wir noch erst, danke meiner Ihrer? Oh, mein Gott. Ich denke, Sie sind mir nur recht verstanden. Moment, Moment. Also, wir brauchen noch zwei Männer. Nein, ich denke, Sie sind mir nicht am Arschidisten. Oh, mein Gott. Aber hier, aufhör mir. Oh, mein Gott. Vielen Dank.